Du bist wunderschön. All dieser Aufwand, um mir nahe zu kommen, aber was ich dann sehe, ist nicht das, was ich bin. Noch nicht. Aber das wird sich einmal ändern. Ich werde ich sein und mich äußerlich so fühlen, wie ich mich innerlich schon immer gefühlt habe. Ich weiß. Und alles wird anders sein. Aber wieso verabscheust du dein jetziges Ich? Ich verabscheue es nicht. Aber es ist temporär. Das bin auch nicht ich.